Guten Tag, werte Gäste der Mesa Manga. Ich heiße euch herzlich willkommen heute zu einer Manga-Review. Heute geht es um einen Manga, der hört auf den Namen Santa. Maria, Inseln, die aus Träumen geboren, ich hab meine Sehnsucht verloren, auf dem Wasser, das wie Feuer brennt. Oder so. Ähm, Santa. Ein Manga, meine Freunde, der drei, äh, Entschuldigung, zwei Bände hat. Zwei Bände, im Jahr 2003 komplett begonnen und abgeschlossen wurde und in der Shonen Jump lief, was ein bisschen ein kleines, besonderes Ding ist. Der hat's offensichtlich nicht geschafft, weil damals wie heute war die Lieblingsbeschäftigung der Shonen Jump die Axt zu nehmen und Manga-Körperteile zu äh, zerstückeln und auseinandernehmen und zu beenden. Das Leben, die Existenz von, äh, Manga zu beenden. Wie so ein verrückter Massenmörder. Nur jeder mag ihn. Äh. Santa ist ein Manga, der hat's offensichtlich nicht geschafft. In zwei Bänden. Allerdings weiß ich, warum der Manga quasi durchgelassen wurde. Und der Grund ist simpel, weil dieser Manga sich, äh, Stilistik und Grundidee und Charaktere und so weiter aus den beliebten Shonen Jump, äh, Fighting Shonen, ähm, Sammelsurium entnimmt. Und das machen die Jump halt irgendwie gefühlt auch schon ab einem gewissen Punkt fast immer, kann man sagen. Weil man versucht eben halt irgendwie zu sagen, hey, du magst Naruto, hey, du magst One Piece, hey, du magst Dragon Ball. Hier ist etwas, was komplett ähnlich ist wie das. Aber es ist nicht, das war, es ist Santa. Und damit hofft man dann so das große Ding zu bekommen. Und der Mangaka ist interessant. Der Mangaka hört auf den Namen Kengo Kurando. Und Kengo Kurando hat überwiegend nur Santa gemacht. Santa ist sein großes Werk, wo er die Story geschrieben hat für und gezeichnet hat. 2006 hat er es noch mal mit einem One-Shot namens Monsters versucht. Allerdings hat er da auch nur noch die Story gemacht. Und das war wohl der eine Punkt 2006, wo es einen Wandel bei diesem Mangaka gab. Und das fand ich interessant, weil zumindest ist mir das noch nie wirklich aufgefallen, dass es ein anderer Mangaka gemacht hat. Dieser Mangaka hat sich entschieden, dass er vielleicht im Storywriting von Manga bessere Chancen hat. Oder vielleicht eher so bemerkt hat, das ist eher mein Ding. Ich schreibe lieber Geschichten. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber dieser Mangaka hat dann seinen Namen umgeändert. Nicht ganz, aber so fast. Und er hört jetzt nicht mehr auf Kengo Kurando, denn das ist nämlich der Mangaka, der nämlich Santa gemacht hat. Und er hört auf den Namen Yukiaki Kurando. Und den könnte man hier im deutschen Bereich sogar vielleicht kennen, denn er ist nämlich der Storywriter für Dolly Kill Kill. Das ist dieser Manga mit diesen, ich weiß nicht, diesen Horror-Plüschfiguren, die Leute fressen. Ich, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung von Dolly Kill Kill, aber so sieht es in die Cover immer aus. Und sein aktuellstes Werk ist Ichin Tensei Gokoku. Aber das, also das ist scheinbar auch beliebt, weil sagen wir es mal so, wenn man mal den, äh, 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 den, den, ähm, x-Twitter-Account anschaut, der Mann hat immerhin stolze 14.631 Follower. Also, da hat sich wohl einiges getan. Oder die Dame, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ob Männlein oder Weiblein, man weiß es generell nicht. Ja, auf jeden Fall, das ist was Interessantes und ich dachte mir, das, das solltet ihr wissen oder könnt, könntet ihr wissen. Aber jetzt geht es natürlich erst mal um diesen Manga. So. Ich habe die zwei hier. Ich habe die euch auch schon mal gezeigt in einem, ähm, in einer Manga-Kolle. Das ist Santa. Warum habe ich mir diesen Manga gekauft? Warum? Warum, René? Warum hast du dir diesen und den anderen Band, warum hast du dir diese zwei Bände geholt von Santa? Es ist im Grunde super simpel. Super, super simpel. Ich, ich wollte, ich wollte Weihnachtsmanga für die, für letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr war es, ja. Weihnachten wollte ich da zusammensuchen und bin dann zufällig auf Santa gestoßen. Ihr wisst, könntet ihr euch vielleicht denken, warum ich auf den Manga Santa gestoßen bin. Es gibt eine große Vermutung, Weihnachten, Santa, hm. Als ich dann mal ein bisschen, es gibt eine kurze Fan-Translation von den ersten, ja, ich würde sagen, fast der erste Band. So, ziemlich. Fast der erste Band oder vielleicht sogar der erste Band hat eine Fan-Translation, die ging danach aber nie weiter. Aber immerhin ein bisschen was auf Englisch. Und das konnte ich dann lesen und dann ist mir relativ schnell aufgefallen, da ist ja gar kein Nikolaus drin. Ja, da hat ja überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun. Hab's mir aber dennoch gekauft, weil ich es einfach so kurios fand und ich wollte das mal vorstellen. Ich bin immer fasziniert von diesen, diesen Manga, die halt, die man nicht wirklich kennt oder kennen kann, weil sie nicht, nicht jeder drüber spricht und genau die finde ich eigentlich so faszinierend. Und deswegen habe ich mir, äh, Santa geholt, um euch das mal vorzustellen, zu zeigen und, äh, zu erklären, worum's geht und dass ihr einfach mal von dem Manga gehört habt. In dieser Weekly Shonen Jump, die ich mein eigen nennen darf, ich bin, ich bin sehr stolz, da ist nämlich unser Protagonist tatsächlich drauf. Und ich weiß, was ihr jetzt alle denkt, warte mal, der sieht aus wie ein schmächlicherer Naruto in einer gewissen Form. Und ja, ja, genau, das, äh, hab ich auch gedacht. Nett, um, 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 oh, 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 ist das, ist das, äh, hier dieses, äh, Blacksmith Game Boy Advance RPG. Holy shit, das hat, Gott, das hab ich, das Spiel hab ich ja ewig nicht mehr gespielt, beziehungsweise gesehen. Voll cool. Okay, das löst grad sehr harte Nostalgie mir aus, so. Aber um's mal zu zeigen, ich weiß nicht, wer, wer die sind, aber hier sieht man mal grob, ne, da erinnert man sich schon so ein bisschen zurück an Dragon Ball mit diesen anthropomorphen Tierwesen und dem Protagonisten, der so ein bisschen aussieht wie ein, wie ein Naruto, aber dann halt auch ein bisschen dumm ist und gefräßig wie ein Son Goku und dann, oder, oder Ruffy und dann hast du so wieder so die komplette, Klischeebox quasi aufgemacht. Was auch cool ist, ne? Hier sieht man mal, ist auch ganz cool, so mal das erste Kapitel hier in groß zu sehen. Was interessant ist, finde ich, und das ist auch etwas, ich weiß gar nicht, ist es in modernen, also ich hab schon lange keine Jean Jump mehr gehabt, vor allem keine aktuelle, ist es noch so, dass die Seiten unterschiedliche Farben haben? Ihr seht das vielleicht, äh, immer weiß, grün und rot. Immer so abwechselnd. Oder manchmal abwechselnd, nicht immer. Ich weiß auch gar nicht, ob das mal eine Bedeutung hatte oder so. Aber ja. Das ist auf jeden Fall mein, äh, größter Schatz. Ne, Quatsch. Ich wollte euch das einfach mal zeigen, weil das ist ja einfach eine Sache. Die Jean Jump versucht ja immer wieder irgendwas Neues zu machen. Nicht nur die Jean Jump. Alle. Alle Manga-Magazine in Japan versuchen das. Und die Jean Jump ist da aber schon jeher sehr... Mir fehlen die Worte gerade. Was ich, ich muss es anders, vorsichtiger ausdrücken. Kritisch. Okay? Sehr kritisch. Aber vielleicht ein bisschen empfindlich. Und sehr kritisch. Und die versuchen ständig irgendwas, wenn, wenn was geht. Oder um vielleicht so im Nachhinein schon mal sowas nachzulegen, was vielleicht am Anfang noch so ein bisschen vor sich hin trüppelt, aber dann so langsam stärker wird und sich an die große Big Three, Big Four oder sowas ranpirscht. Ich meine, einer der besten Beispiele finde ich halt Toriko zum Beispiel. Der hat's immerhin, der Manga hat's immerhin sehr, sehr lange quasi in der, also im Vergleich zu anderen sehr, sehr lange bei der Jump in der, äh, sich oben gehalten. Was sonst danach eher schwieriger wurde, sag ich mal. Natürlich gibt's jetzt mittlerweile so was wie Jujutsu Kaisen, Demon Slayer und My Hero Academia, aber es gab so eine kurze Zeit dazwischen, wo einfach bis auf Toriko einfach nichts wirklich an Bleach, an One Piece und Naruto irgendwie dran gereicht hat. Und man versucht immer wieder diese Art, dieses, diese eine Fighting Shonen wieder zu erschaffen und dadurch gibt's jede Menge von diesen Fighting Shonen, die irgendwie zwei Bände haben und dann wieder gefühlt, das war's. Und das Interessante ist, na, also ich mein Vergleich, die Qualität sieht schon mal wesentlich besser aus, ne, in diesem kleinen Taschenbuch. Es ist immer wieder faszinierend, finde ich, dieses ganze Thema mit der Jump, mit dem, mit dem Abbrechen von Reihen und das tut manchmal auch wirklich weh und wenn ich ehrlich bin mit euch, auch hier wieder, ich bin vielleicht nicht der, ich bin halt nicht der, der Durchschnitt der japanischen Leserschaft. Ich bin auch 34 und nicht 10 oder so, wie es in Japan oft eher der Fall ist bei der Jump. Nicht, nicht nur, aber es sind halt in erster Linie Schüler, die die Hauptzielgruppe sind und ich muss halt sagen, ich kann da mittlerweile viel, viele Augen zudrücken und ich hab da einfach Spaß mit. Ich nehm das einfach mit. Santa ist ne lustige kleine Geschichte, die man sich mal geben kann und nach dem zweiten Band dachte ich mir, ich hätte nix dagegen, ehrlich gesagt, einen dritten Band zu lesen. Ist es was Besonderes? Wahnsinnig bahnbrechend Neues? Nein. Hätte ich es aber trotzdem weitergelesen? Ja. bis zu einem gewissen Punkt vielleicht. Fünf, sechs, sieben Bände mehr schon drin gewesen. Zwei ist halt eher dürftig. Worum geht's in Santa? Das ist eigentlich im Grunde relativ schnell erklärt. Wir haben eine Welt, eine Fantasiewelt, in der Menschen leben, zusammen mit anthropomorphen Tieren. Ähnlich ein bisschen wie mit Drangball. Nur hat das einen Grund, warum da anthropomorphe Tiere in Menschenoutfits durch die Gegend laufen und auf zwei Beinen laufen und Schwerter in der Hand haben und so weiter. Der Grund ist simpel. In dieser Welt gab es mal einen Dämonenkönig, einen Dämonenlord und dieser böse Dämonenlord wurde von drei mächtigen Helden besiegt, wovon zwei männlich waren und eine Heldin sozusagen, eine weiblich. Ich habe eine Vermutung, aber ja, diese haben dann die quasi den Bösewicht besiegt. Aber, oder, oder ja, verbannt oder was auch immer. Aber als das dann passiert ist, hat der Dämonenkönig noch einen letzten Trumpf im, oder Ass im Ärmel gehabt und hat quasi mit seiner Macht, bevor er weg war, alle Tiere in der Welt quasi zu Dämonen gemacht oder verwandelt mit so einer magischen Fähigkeit, die, weiß nicht, Dagon of Area oder so ist, ich weiß, also komplett, die ganze Welt ist davon betroffen oder zumindest der Kontinent, auf dem das Spiel, der Manga basiert. Und nach diesem Kampf, nach diesem siegreichen Kampf der Helden, sind auch die Heldenspur des Verschwunden. Niemand weiß, wo sie sind, sind sie tot, weiß es nicht, sind halt auf jeden Fall nicht da. Und darauf basiert die Geschichte der Welt von Santa. Santa ist ein kleiner Junge, der zusammen mit seinem großen Bruder durch die Welt streift, Abenteuer erlebt und böse Jungs kaputt macht. Denn beide haben besondere Fähigkeiten, die sie stärker im Kampf werden lassen, als sie vielleicht aussehen. Zum einen hat Santa eben halt übernatürliche Kräfte. Er hat eine Null mit einem Stern tätowiert auf seiner, auf seinem Handrücken. Wir wissen noch nicht, was es ist oder was das bedeutet, aber diese, dieses, dieses Tattoo macht ihn wohl stärker oder ist ein Zeichen dafür, dass er stärker ist als der normale Mensch. Sein Bruder hingegen, ja, ich denke, der hat ein paar Fähigkeiten, Fertigkeiten drauf, aber er ist bei weitem nicht wirklich so krass wie Santa selbst. Dennoch nimmt der große Bruder den Kleinen natürlich immer in Schutz, aber sie müssen auch immer mit Komplikationen rechnen, weil wenn sie zum Beispiel in dem einen oder anderen Dorf landen, kann es sein, dass dieses Tattoo signalisiert, oh, jeder, der dieses Tattoo hat, ist ein Dämon. Auch wenn er nicht aussieht wie ein Tier, es ist potenziell ein Dämon. Und das findet die Menschheit nicht lustig. Die Menschheit mag diese Dämonen nicht, denn die mag die Menschenwelt nicht. Und deswegen sind die ständig im Zwist, ständig im Krieg, und da diese Dämonen, diese Tierwesen Menschen stärker sind als Menschen, haben die es auch oftmals nicht leicht. Und wenn die dann eben halt auf jemanden wie Santa treffen, der dieses Tattoo hat, gehen die Alarmglocken an und man hat natürlich Angst. Kinder sind dann dementsprechend auch nicht nett zu einem Kind, auch wenn es theoretisch ja auch nur ein Kind ist. Und dann wird er eben halt gehänselt, geärgert und vor allem werden die beiden immer wieder verbannt, rausgeschmissen, was auch immer. und eines Tages will eben halt einer dieser Tierwesen ein Dorf angreifen beziehungsweise hat es halt geplant und die zwei gehen dazwischen. Ein großer Kampf mit diesem Tierwesen trägt sich aus und am Ende ja kommt die Situation oder entsteht eine Situation, in der große Bruder am Abhang am Abgrund hängt und unten der Wasserfall auf ihn lauert und der Junge der Junge Santa noch zu schwach ist, um ihn komplett wieder hoch zu heben und verliert den Griff und verliert seinen Bruder. Klischee, ja, aber ich fand es auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Es war nicht, es ist relativ früh, aber es war trotzdem so, okay, ich mag irgendwie gerne Brüder, Familie, so, ich mag das einfach und wenn da irgendjemand getrennt wird oder jemand davon stirbt oder sowas, ah, ist nie gut, das löst bei mir immer irgendwas aus, egal wie simpel und billig es gemacht ist. Das hat funktioniert für mich. Und daraufhin ist Santa nun allein in der Welt und ja, trifft halt immer mal wieder auf Dämonen und versucht die zu besiegen und lernt dann eine Sache an sich kennen, die er vorher nicht kannte und zwar sein Bauch. Sein Bauch in einer Notsituation beginnt sich zu öffnen wie ein Mund und da drin sind lauter Szenen, also es ist wie so ein Monstermund und dieser Monstermund hat die Fähigkeit Energie aufzusaugen, also wenn irgendjemand Strahl macht oder sowas oder Feuer oder sowas kann dieser Mund das quasi auffressen, aufsaugen. Aber das ist noch nicht alles, denn aus irgendeinem Grund ist das wie so eine Art Portal zur Dämonenwelt und da kann er sich ein riesiges Schwert rausholen, was er ganz normal tragen kann auch by the way und das hilft ihm enorm beim Kampf gegen andere Viecher. Später gibt es dann noch so, ich meine ich kann euch spoilern, oder? Später gibt es dann in diesem Bauch tatsächlich noch ein weiteres Viech und zwar ein Drache, der dann quasi so eine Art Kompagnon von ihm wird. Und ja, und genau, und durch diesen Drachen wird dann später auch sein Schwert noch geiler. Also es geht im Prinzip darum, glaube ich, diese Waffe immer cooler zu machen, immer mit mehr Fähigkeiten auszustatten und vor allem geht es darum, alle anderen, die dieses Tattoo haben, zu besiegen und einzuverleiben. Das ist so der große Plottpunkt oder der große Grund, warum er dann weiterhin auf Abenteuer geht. Und da lernt er dann eben halt die eine oder andere Person kennen. Und es gab eine sehr rührende Geschichte am Anfang. Da ging es um zwei Kinder, die alleine leben und eigentlich nur einen Hund als Beschützer haben, sozusagen. Und dieser Hund wurde aber auch durch den Fluch oder durch diese Magie von damals zu einem dieser Dämonenwesen. Also quasi, er ist quasi ein Hundemensch geworden. Und aber trotzdem bleibt er weiterhin, wird er nicht irgendwie böser oder sowas, sondern er bleibt weiterhin den Kindern treu. Und da die keine Eltern mehr haben, weil die anderen Dämonen diese getötet haben, versucht er diese halt zu retten und zu beschützen vor anderen Dämonen, die da als immer wieder auftauchen. Aber irgendwann unterliegt er einem dieser und schafft es nicht mehr, quasi aus dem Wald zurückzukommen zu seinen besten Freunden, kann man fast sagen, zu dem Geschwisterpärchen. Und die geben quasi dem Santa den Auftrag im Wald nach dem Hund zu suchen und der Hund will nicht außerhalb dieses Waldes, weil er nicht will, dass die Kinder sehen, wie er jetzt aussieht, dass er zu einem Dämon wird, weil er Angst hat, dass die Kinder das falsch verstehen und Angst vor ihm haben und das will er nicht haben. Und stattdessen versucht er eben halt außerhalb alles, was gefährlich ist, von diesen Kindern weg zu schützen. Sehr schöne Geschichte. Kann ich nicht anders sagen. Simpel, aber effektiv. Sehr schöne Sache. Der Hund stirbt am Ende dann. Natürlich, leider. Aber er ist gestorben, um seine Besitzer, kann man fast sagen, zu retten. Und das war eine sehr, doch recht rührende Moment. Dann kommt Santa noch in ein Dorf, das quasi Ratten, Menschen und Wesen, sag ich mal, verbannt oder hasst. Aus dem Grund, weil der neue Bösewicht in Town ist ein humanoider Katzenkönig. Der sieht auch absolut billig aus, das ist eine riesige Katze mit einem Königsumhang und einer Krone. Später in den Kämpfen hat er ein paar Momente, wo man ihn ernst nimmt, aber überwiegend ist das Design, also generell die Bösewichte sehen halt aus wie diese klassischen Tier-Bösewicht-Menschen aus Dragonball und das sind dann deine Antagonisten. Das könnte man vielleicht auch sagen, man kann diese Bösewichte kann man irgendwie am Anfang jetzt nicht wirklich so sehr ernst nehmen, außer wenn die natürlich wie der Katzenkönig dann doch ein paar krasse Moves haben und viel aushalten, Schwerter mit dem Mund zerbeißen und lauter so Sachen, wo du sagst, oh okay, oh okay, er sieht dumm aus, aber vielleicht ist er doch gefährlich, so ein bisschen so Warpol-mäßig aus One Piece oder so, wo du sagst, er sieht eigentlich dumm aus, aber in dem Moment, wo er gekämpft wird, war er tatsächlich gefährlich und man muss ihn ernst nehmen und er hat ein paar auch böse Dinge gemacht, weshalb man ihn auch hasst. So ging's mir mit diesem Katzenkönig da auch. Und ja, einer dieser Mäuserichs versucht eben halt Santa zu verarschen beziehungsweise ist halt so ein Lügner und so weiter, hat mich ein bisschen an Usopp erinnert aus One Piece, auch so wie er durchs Dorf rennt und so, da dachte ich auch schon so, ah okay, das kommt mir irgendwie bekannt vor und ja, das ist halt so ein Mäusemensch, der sieht nicht besonders aus hier, ihr seht ihn sogar auf dem zweiten Band auf dem Cover, es ist halt wirklich, wie gesagt, es hat ein bisschen Toriyama-Style so, aber in erster Linie ist es halt einfach nur eine Maus, es ist halt einfach eine Maus, die rumläuft und ja und irgendwie passiert es dann halt so, dass er einem anderen Typen begegnet, ihm hier und der beschützt das Dorf, allerdings geht er nicht über eine gewisse Grenze dieses Dorfes hinaus und am Anfang vermutet man sowas wie, vielleicht ist er ein Geist und er existiert gar nicht mehr und lauter so Sachen, also auch die, ja und es wird viel Geheimniskrämerei um ihn herum gemacht und so ganz habe ich nicht verstanden, warum eigentlich, aber ja, das hat man dann schnell recht aufgegeben, er hat so eine Bindung mit so einem Dorfmädchen dort, die ihn auf der einen Seite sehr gut, also in einer gewissen Form fast schon Zundere mäßig bewirtet, nämlich sie immer wieder ihm Essen gibt oder so, auf der anderen Seite hat er wohl eines Tages mal etwas getan, was nicht so cool war, darauf wurde nicht zu viel eingegangen, aber ja, auf jeden Fall hasst das Dorf ihn überwiegend, aber ist auch froh um ihn, dass er quasi dieses Dorf schützt, aber irgendwann kommt halt dieser Katzenkönig ins Spiel und er hat halt Handlanger und er selbst und es ist, er schafft das nicht mehr alleine und Santa ist zum Glück da mit seinem krassen neuen Schwert, was er dann innerhalb des Kampfes bekommt und dann wird halt gebettelt. Was ziemlich cool ist und das muss ich euch einfach zeigen, das muss ich euch einfach zeigen, ist, warte mal, äh, gib mir einen Moment, wo passiert das? Also hier, ich kann euch mal den bösen Katzenkönig zeigen, ja, also, Hammer. So. Ja, Moment. Genau. Und dann passiert es bei dem neuen, äh, Protagonisten sozusagen, dass ihm, äh, ein drittes Auge aufgeht, auf seinem Kopf und er dadurch die Fähigkeit hat, quasi superschnelle Bewegungen wie zum Beispiel die von diesem Katzentypen zu realisieren und abzufangen. Was natürlich ein enormer Vorteil im Kampf ist, weil einer der Hauptaspekte von diesem Katzenkönig ist, nicht nur seine Stärke, sondern auch seine Schnelligkeit, die kein menschliches Auge wahrnehmen kann. Praktisch, dass der natürlich diese Fähigkeit hat. Naja. Es stellt sich relativ schnell heraus, dass er die ganze Zeit so einen lustigen Hand, äh, Handschuh trägt und als der dann quasi abgenommen wird, wer hätte es gedacht? Die Nummer 5. Also, ne, Santa ist die Nummer 0, er hat die Nummer 5 auf dem, auf dem Handrücken tätowiert. Das heißt, er ist auch irgendwie ein besonderes Wesen, was irgendwas mit Dämonen zu tun hat und dementsprechend dieses dritte Auge. Der Katzenkönig wird besiegt, das Dorf ist happy, die beiden beschließen, miteinander weiterzuziehen und quasi eine Gruppe zu bilden und aus irgendeinem Grund und keiner, und ich denke mir immer so, das sind manchmal so Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann, äh, wird die Maus auch ein Teammitglied. Ich weiß echt nicht, die Maus hat nahezu nichts gemacht, äh, die ist mega unsympathisch und aus irgendeinem Grund ist die mitgereist und war am Ende mit und dann dachte ich mir so, okay, das ist der Grund, warum ich es vielleicht nicht weitergelesen hätte. Aber dann kommt am Ende noch was ganz Spannendes, denn dann zum, wie gesagt, damals, dann sieht man quasi, wie der Kampf damals war, kurz eingeblendet und man kriegt mit, dass es zwei Männer und eine Frau waren und es wird suggeriert, oder man könnte vermuten, wenn der Maus gar nicht abgebrochen wurde, dass vielleicht die Dame in diesem, in diesem Dorf quasi später eine Ark bekommen hätte, in einem anderen Dorf und wäre dann Teil von der, von der Heldentruppe gewesen. Also diese, scheinbar ist der Grund oder der Sinn gewesen, dass man diese zwei und eine Dame nimmt und man kann dann natürlich davon ausgehen, dass eventuell die sowas wie Reinkarnationen dieser Helden sind oder es ist Schicksal, keine Ahnung. Das ist so eine Vermutung von mir, aber bringt halt nichts, ne? Am Ende sieht man noch lustige Tierwesen, aber auch einen Menschen, der, die so auf dem Berg stehen und so coole Hoodies anhaben, wie so, wie so eine geheimnisvolle, bösartige, so bösartiger Kult oder sowas. Die gucken sich den Kampf von oben auf dem Berg an und dann, als der Katzenkönig dann komplett in zwei geteilt wurde, ja, wie gesagt, dann, äh, genau, sieht man nämlich oben einen weiteren und zwar die, äh, Typen, und zwar den hier und das Interessante an dem hier, also das wird wohl einer der, entweder der nächsten Bösewichte gewesen sein oder es soll einer der Antagonisten gewesen sein, also der, der Antagonist sogar gewesen sein und das Interessante hierbei ist, dass der sowohl die Eins tätowiert hat auf dem Handrücken, sowohl auch eine 108 auf dem, auf der Wange hat und das suggeriert wohl irgendwie, dass diese Fähigkeiten, also da sind auch ganz viele Adern und es sieht aus, als wäre das, also forciert drauf gemacht wurden auf ihn, dass es sein kann, dass es Wesen oder Menschen da draußen gibt, die quasi zwanghaft diese Fähigkeiten bekommen haben, gegen ihren Willen oder auch mit ihrem Willen und dadurch, wenn die natürlich zwei Fähigkeiten haben oder zwei Dämonenfähigkeiten, sind die natürlich krasser, aber Santa hat die Null und wir wissen alle in Japan oder auch generell in Manga und Anime wird die Null immer als die unendliche, die unendlichen Möglichkeiten sozusagen genutzt und dementsprechend ist es natürlich das Potenzial endlos von Santa und dementsprechend der wird am Ende eh gewinnen, das ist immer realistisch, aber es gibt kein Ende, denn das war's. Ja, war eine andere Manga-Review, weil ich bin mir halt sicher, dass das keiner wirklich liest und selbst wenn, es ist halt ein Fighting-Shawnden, also gerade so die Anfänge von Fighting-Shawnden sind jetzt nichts, wo man sagt, bitte Spoiler nicht, es ist ein Anfang von einem Fighting-Shawnden, jeder, der mal jemals irgendein Fighting-Shawnden mitbekommen hat, weiß, da gibt's nicht viel zu spoilern, dass das nichts wahnsinnig Bahnbrechendes oder sowas, ich hatte meinen Spaß, ich mag, mochte die Zeichnung, ja, die sind hier und da nicht perfekt, brauchen wir nicht zu diskutieren, ich finde diese Tierwesen auch überwiegend, weiß jetzt nicht und dann ist hier so ein, guck mal hier, so ein cuter Drache am Start, gut, das muss ich sagen, das war ein guter Gag, weil man sieht da dieses Monster, was da aus dem Bauch kommt und alle so, oh shit, was kommt da jetzt, pass auf, nicht, dass da der krasse Ober-Dämon-Satan oder so rauskommt und dann ist es aber nur dieser kleine lustige Drache mit der Doppel-Null by the way oben auf dem Kopf tätowiert, was wahrscheinlich auch noch eine Symbolik oder einen Sinn irgendwas in der Geschichte hat. Ja, warte mal. Es gibt ja immer so ein paar Stellen, wo man sagen muss, die sehen ganz geil aus, ne, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so wirklich visuell mitkriegt, wegen meiner Kamera, aber ich finde es schon ganz geil manchmal, wie dieses Schwert zum Beispiel hier designt wurde, das neue, dass da quasi wie so also von diesem Tattoo aus irgendwie wie so Adern oder irgendwelche Tentakel durch seinen Körper, durch die Haut nach außen dringen in das Schwert und dann quasi ein neues crazy cooles Schwert daraus wird. Ich meine, come on, das ist genau das, das ist genau das, was man haben will als Fighting-Shaw-Fan. Also viele, viele Sachen, wie es angegangen wurde oder so, oder auch so Momente, wo da am Ende das Dorf dann gerettet wurde und Santa einfach, da stehen diese, diese Tierwesen so und sagen, haha, ja unser König, der wird die jetzt blatt machen und dann tropft auf einmal bei diesem Rhinozeros-Mensch so irgendwie so eine vermutlich rote Flüssigkeit auf die Nase und der denkt schon so und ich habe in dem Moment auch gedacht, what the fuck, ist das Blut oder sowas? Und dann hat einfach Santa seinen Namen auf das Dorf geschrieben, weil vorher wurde es als, ich weiß nicht, Katzenkönigdorf oder sowas genannt und dann hat er quasi so ganz provokant seinen Namen da quasi drauf geschrieben und das Dorf heißt jetzt so. Ist ja auch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen speziell, ne? Aber ja. Jo. Und das war Santa. Ende des zweiten Bands gibt's noch mal eine Art Prototyp, wo man sieht, wie Santa früher war. Da war das mehr, mehr Comedy. Also ich würde schon fast sagen, es gab hier und da Kämpfe, aber überwiegend war's ein Comedy-Manga mit Fantasy-Elementen sozusagen. Und ich muss sagen, ich find die Fighting-Show eine Variante besser, weil die Comedy-Variante, die hat, also der Humor war tendenziell lustiger, aber es war halt, es ist so ein klassischer japanischer Humor von der Zeit, wo man einfach so ganz seltsame Leute mit ins Team nimmt, wo man dann sagt, okay, das sind unsere Protagonisten. Also da sieht auch der Zeichenziel auch schon noch mal wesentlich unreifer aus, sag ich mal. Irgend so ein Typ mit so einem kleinen Franzosen-Schnauzer oder wie man das da nennen soll. Und viele Sachen, gerade in diesem, in diesem Bereich, erinnere mich doch stark an One Piece, wie zum Beispiel, warte mal, hier, die Geste von diesem Mann zum Beispiel, von dem alten Mann hier. Da hatte ich starke One Piece-Vibes und das, obwohl das jetzt ja sogar das ältere Werk ist von ihm. Aber ja, es hat Spaß gemacht, es hat seine Momente, es ist nichts Besonderes, aber wenn man Fighting-Showenden mag und das interessant findet oder vielleicht auch mal die Geschichte, der Jump, die Geschichte der Fighting-Showenden und so weiter, auch mal vielleicht, also wenn interessiert, da sollte man vielleicht auch mal die Sachen angucken, weil nicht nur die, die groß geworden sind, die bekannt sind, die jeder kennt, sondern auch die kleinen, Nischigen und die, die es nicht geschafft haben. Ich finde es immer wieder schön, eben halt auch den Werken mal eine Chance zu geben beziehungsweise da mal reinzugucken, einfach aus Interesse. Und das habe ich gemacht. So. Ich denke, ich habe alles über Santa euch gesagt, was es zu sagen gibt. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal im Internet Santa eingeben von dem Mangaka, am besten noch mit Mangaka-Name, dann werdet ihr sicherlich irgendwie mal so, wie gesagt, das in den ersten Band übersetzt oder so finden. Das sind natürlich alles gebrauchte alte Manga, die Jump und Co. verdient an diesem Ding nichts mehr, außer der Gebrauchtmark in Japan natürlich, klar. Aber ich wollte es euch einfach zeigen, deswegen kaufe ich das oder versuche das auch immer zu kaufen, damit ich es euch zumindest mal zeigen kann. Und ich konnte mir so zumindest noch den Rest der Geschichte angucken, der nicht übersetzt wurde. Oh ja. Ich finde es ganz lustig. Es ist Kuriosität, aber ich denke, dass ich hoffe, das hat euch irgendwie interessiert oder euch irgendwas gegeben, dass ihr da vielleicht jetzt einen kuriosen, kleinen John-Jump-Titel namens Santa kennt. Und ja, das große Mysterium ist natürlich schon gelöst in dem Moment, wo man es öfter sagt. Santa, das ist auch ein Running Gag in japanischen Manga, das kam sogar, sogar in Lafina vor. Da wurde der Santa Claus, es gab so einen Santa Claus-Shop irgendwie mal kurz oder es war Weihnachten oder sowas und da stand ein Bild draußen mit der Überschrift Satan. Das war der Running Gag, weil man es sonst andersrum macht. Und Santa ist natürlich, also er heißt Santa, wenn man da, you know, ein paar Buchstaben rumdreht, nicht mal viele, dann kommt eventuell das Wort Satan bei raus. Wer hätte es gedacht? Eventuell ist Santa die Reinkarnation von Satan. Die Vermutung liegt nahe, dass er nicht einer der Helden ist oder Reinkarnation der Helden, sondern eventuell ist er die Reinkarnation vom Bösewicht. Das ist nur eine Vermutung. Aber ja, das ist jetzt mal so Santa gewesen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, euch informiert, euch unterhalten. Das würde mich freuen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Rückmeldung freuen. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob euch solche nischigen Titel interessieren, ob ihr davon noch mehr mitbekommen wollt, weil ich generell habe da nichts dagegen. Es ist halt nur immer so die Sache, wenn es keiner guckt, das ist halt auch immer ein bisschen blöde. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Schaut in die Videobeschreibung rein, wenn ihr mich supporten wollt. Und ansonsten sage ich wieder einmal vielen, vielen Dank. Bis dahin und ciao. Bye bye. Bis zum nächsten Mal und tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal.